Oh, was war denn jetzt? Ich hab mich abgebounced hier, nice. Super, jetzt. Du kommst mir nicht davon. Hm, hab den im... Au. Oh, das waren zwei cleane Headshots, glaub ich. Krass, wie viele Schüsse brauch ich denn noch dafür? So, damit das Ding explodiert. So, damit das Ding explodiert. So, damit das Ding explodiert. Besten 8 ever. Ich wollte das eigentlich so hier machen. Ganz hinten an der Ecke ist er Der Typ hat Vorn angehalten, oder? Ah, der hat mich doch gepusht hier, der mit dem Auto Was macht eigentlich die Zone? Ah ja, die lässt sich noch ein bisschen Zeit Ah, guck mal, hier vorne ist einer Die hat einen ganz schönen Rückstoß Diese Diese SKS Der ist ein bisschen hardcore, muss ich sagen Ein Oldschool-Shooter Ich weiß nicht, ob das was für mich ist Wie gesagt, ich werde wahrscheinlich dann Wenn ich irgendwas anderes spiele Soul Calibur spielen Ich habe schon länger mal das Verlangen Nach irgendeinem Fighting-Game wieder Alter Kann der Sound bitte noch mehr abkacken gerade? What the fuck? Wirf den Molo Oh, die näht Oh, die war gefährlich, ey Schade Ah, da hinten ist er Ah, ich glaube nicht Okay, ich deutlich Das war nicht Ich werde das Okay Iraq Achse Ich habe das Naja, das wird schwer werden, den Typen da zu holen. Ich will auch keinen Headshot eigentlich kassieren. Ah, nice. Uff. Okay, dann lass mal schnell die Car holen von dem Typen. Das habe ich auch alles. Ja, mein Equipment ist ja ganz schön gut, muss ich sagen. Okay, kommt noch eine an. Was geht hier ab, Mann? Also der hat ja auch nicht wirklich planen, was er macht. Ich muss mal schnell beim Drop gucken. Nicht, dass die jetzt hier irgendwie von hinten kommen. Moin, Marky. Hey. Wobei das jetzt nicht so clever war, hier ranzupushen. Ich hätte eher hier rechts gucken müssen, weil ich eine bessere Pose habe. Außerdem snipet da einer auf mich. Die sind noch drin in der Zone da unten. Du hast mir meinen Kehl geklaut. Dafür gibt es Rache. So, dann muss ich jetzt auf dem Highground hoch. Sind noch drei Leute. Von zwei weiß ich ungefähr die Pose. Also von einem auf jeden Fall. Und von dem anderen. Einer hat eine Snipe leider. Das war der, glaube ich, auch mit der Snipe. Schade. Einer wird noch hinter der Mauer da sein, denke ich mal. Ja, das war nicht so clever von ihm. Aber, naja, 14 Sekunden. Hier ist einer. Hier ist eine Snipe. So. Ah, hier kommt man hoch. Okay. Hier. Sauber. So, jetzt fehlt noch einer hier. Und wo ist der? Puh, ey. Das ist auch mal eine Zone, oder? Da unten ist er, glaube ich, gewesen, oder? Nee. Oh, hinter mir. Okay. So, mal gucken. Guckt euch die Nate jetzt an. Bounce? Ah, schade. Oh. Ich wollte die eigentlich abbouncen, so. Wir werfen uns jetzt beide mit Nades zu. GGs. Hier, ich spring noch in seinen rein. Oh. Oh. Hey. Gute Runde. Entspannt runtergespielt. Nice, nice. Oh, oh. The Jungle VIP. I've reached the top and had to stop. And that's what's bothering me. Bis zum nächsten Mal.